Was wäre, wenn es noch Dinosaurier geben würde? Dann würde ich mir einen T-Rex suchen, den Titi nennen und als Haustier behalten. Was wäre, wenn du der Herrscher über die Zeit wärst? Oh, das wäre geil. Würde ich langsamer die Zeit stellen. Wenn Schule zum Beispiel wäre, würde ich es vorschieben und wenn sowas voll Geiles passiert ist, würde ich es wieder zurückschieben, damit ich es nochmal erleben kann. Und wenn so eine Scheißphase ist, einfach mal voll vorspulen. Ich würde die Zeit einfach zurückdrehen. Zurückdrehen? Ja, einfach wenn eine Scheiß passiert ist, machst du es wieder zurück. Dann kannst du das nächste Mal anders machen. Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen konntest? Ich würde meine Fehler ausbessern. Ja, ich auch. Ich würde irgendwelche Berühmtheiten besuchen, so Albert Einstein oder so. Ich glaube, ich würde mal Hitler aufhalten. Oder so Jurassic Park mäßig, so Dinosaurier. Ich würde es einfach gut. Und dann so Fotos von denen machen und dann so zeigen können, wie die ausgesehen haben und so. Ich glaube, das würden wir machen. Zusammen. Was wäre, wenn es noch Dinosaurier geben würde? Dann wäre die Welt gefährlich? Dann müssen wir kämpfen. Was wäre, wenn alle Nachrichten lügen würden? Tun sie doch. Jeder tut das, ganz ehrlich. Es gibt keine Ehrlichen mehr. Dann wäre es total schlimm. Dann sind sie schon. Ja, das tun sie doch schon. Tun sie. So. Was ist, wenn es nicht mehr so, wenn es noch Dinosaurier ist. Ja. Das war's. Ich liebe es. Das war's. Was ist, wie es noch ein Dinosaurier. Das war's. Das war's. Und ich freue mich, wenn es noch ein Dinosaurier gibt. Und ich freue mich, wenn es noch ein Dinosaurier wird. Vielen Dank.